Die Auszeichnung mit der Konrad-Suse-Medaille ist eine hohe Anerkennung der Leistung, die wir in unserer Arbeitsgruppe gemacht haben. Das Herrliche mit der Informatik ist, es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf uns zu. Das bedeutet aber auch, dass wir immer wieder neue Lösungen brauchen, die out of the box sind, die anders sind als das, was wir erwarten würden. Sind wir dieser Herausforderung gewachsen? Ich hoffe es so, weil wir wollen ja eine tolle Zukunft für alle und die Informatik muss halt auch dazu beitragen, dass genau das stattfinden wird. Informatik ist etwas, was man als Gruppe macht, als Team macht, um dann auch wirklich voranzukommen. Die Probleme, die wir da haben, da müssen wir mit unterschiedlichen Blickwinkeln herangehen. Da braucht man Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, die sich dann zusammensetzen, um dann eine Problemlösung zu machen. Und das ist das, was Spaß macht. Und nichts geht ohne ein gutes Team.